Was erfreut sich über die Entwicklung? Ja, sollen wir den Neustruf denn schicken? Do you like animals? Haben sie schon weit? Mit einem Tier sind sie Dekadet, genug Dekadet. Wie geriert es, muss ja nicht jemand gleich Schwein sein. Manchmal erfrischt schon eine Wüste und springen aus dem Dach. Do you like animals? Haben sie schon mal mit einem Tier, einem und einem geblasen? Eine Tiere schon sind Aschen in einem Schatz gebohrt. Wissen Sie, wie gut sie gefässe steht? Do you like animals? Do you like animals? Do you like animals? In die Mäume vom goldischen Gefeet, einem anderen Schwanz gekappelt, wo der Tieren wird zum Kopf im Kuri getuscht. Auch könnten sie sich noch verstecken, im geschlechtsvollen Elefanten bechen, einen Kater in die Eier weissen, oder es machen wie Lina mit dem Schwanz, das Lutschzonschen. Do you like Mary-Belze? Seh schon mal, es keine Tieren, man singt so schön, der Lämpfes bringt wie Eure, Leublei, O'rlay golf, Leublei gut Miles lief mal. Aller bleibt nah, für so – für uns! Hallecrafs eindundzwanzig ares Sprachgesetzbuches. Wer in einem Druckwerk in einem Raum Neighbor oder sonst nötig so, so mit Tieren erfordert, oder sie in einer Art und weiß, die ihr geeignet ist, solche Unzupfer-Grunden da herzulegen, ist so verwendet, weil ich da nicht schreien, der Verstraf der Welt kommt, ist mit freier Strafe, bis zu sechs Monaten oder dem Entschnappen ist, und gleich alles hängt, der Gesetze zu bestrafen. Do you like Herr Wendel, Sie schafft alles einen Tief, Sie sind die Kadente, genug wie Geltendienst, dass ihr nicht an euch schweizt seid, und man verarscht eine Fächsisch-Spring-Wasser. Und wenn Sie sagen, Sie sind ein Schokolade, die Leidenschaft zu sein, und die Leidenschaft zu bestrafen, wie sie zu dieser Welt kommt, Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020